Andererseits wäre das das Mittel auf der anderen Seite für Deutschland, Podolski, Balak, Kloser, 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 Isaks von draußen, Tor, Tor durch Lukas Podolski. Noch keine vier Minuten gespielt, Deutschland führt mit 1 zu 0. Großartig dabei die Vorarbeit seines Sturmpartners von Miroslav Klose, die wir hier sehen in der Wiederholung hier. Kloser, Podolski, Balak und dann Klose, Isaks von Kando kurz abwehren. Und Podolski macht sein zweites Tor in diesem Turnier. Hier wird Lücic versucht noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Erneut so ein frühes Tor für die Deutsche Elf. Gucken Sie mal, was da los ist an der Bank. Gucken Sie mal.